Wir bei Büroeinrichtungen STOCK bauen transparente Bürotrennwände im Loft-Style. Sie ermöglichen eine flexible, individuelle Aufteilung Ihrer Büroräume. Die Glassystemwände im Retro-Look erinnern an die Fundamente und Grundideen der Bauhausentstehung. Sie erzeugen eine professionelle Arbeitsumgebung mit wohnlichem Charakter durch den maximalen Tageslichteinfall bis in die Zentren des Gebäudes. Durch die transparenten Bürotrennwände wird eine optisch offene Bürofläche mit den besten Akustikverhältnissen kombiniert. Als Zeichen des Fortschritts durch den Einsatz traditioneller Konstruktionen und aktuellen Trends der Innenarchitektur folgt die Loft-Style-Glaswand den Vordenker innen des industriellen Fortschritts. Investieren Sie in die Zukunft Ihres Arbeitsumfeldes mit Büroeinrichtungen STOCK.